Hallo und herzlich willkommen zu DEBATE, heute mit dem Thema Open Source Hardware in Post-Konflikt-Gebieten und Transition Areas. Ich bin Corinna Schäfer von der humanitären Hilfsorganisation CADUS und ich werde hier heute durch die Veranstaltung führen. Ich möchte ganz herzlich meine Gäste begrüßen, Stephen Kovac von der Rogue Agency for Open Culture und Martin Heuer von der Open Source Ecology. Bevor wir in das Thema einsteigen, nochmal ganz kurz zu der Frage, was ist eigentlich DEBATE? Bei CADUS ist es uns wichtig, dass wir nicht nur humanitäre Projekte durchführen, sondern uns auch mit der humanitären Praxis kritisch auseinandersetzen und diese reflektieren und uns auch neue und spannende Ansätze anschauen und vor allen Dingen über all das diskutieren, nicht nur unter uns, sondern wir möchten mit möglichst vielen Leuten darüber sprechen und deswegen haben wir die Veranstaltungsreihe DEBATE ins Leben gerufen. Bei DEBATE, das haben wir einmal im Monat und zwar jeden ersten Donnerstag im Monat und dort laden wir ein zu einer Gesprächsrunde. Es gibt meist einen kurzen Input und danach werden wir in großer Runde diskutieren. Dieses DEBATE ist allerdings ein bisschen anders. Das ist besonders in vielerlei Hinsicht. Zunächst mal, wir feiern hier unser einjähriges, also das ist unsere zwölfte Runde DEBATE. Insofern ist das unser einjähriges Jubiläum. Allerdings sind noch ein paar andere Sachen anders und das ist jetzt nicht so ganz freiwillig geschehen, sondern das hat viel mit Covid-19 zu tun, denn DEBATE gibt es das erste Mal im Stream. Das gab es vorher noch nicht und dass es das jetzt im Stream gibt, das haben wir dem C3 VOG zu verdanken. Also auch nochmal herzlichen Dank an das VOG. VOG ist das Video Operation Center, was normalerweise beim Chaos Communication Congress das Streaming übernimmt. Und genau wie beim Kongress haben wir heute tatsächlich auch einen Signal Angel. Ihr könnt den Stream finden über die Cardus Webseite, das ist cardus.org.debate und auf der Webseite findet ihr dann den Link zum Streaming und sowohl auf unserer Webseite als auch im Stream direkt könnt ihr dann auch zum Chat gelangen und dort eure Fragen stellen und eure Diskussionsbeiträge und soweit möglich werden wir das dann hier mit einfließen lassen. Was auch noch anders ist, wir sind diesmal nicht im Cardus Crisis Response Makerspace, sondern wir sind hier im Hack und Make Space X-Hein. Und dann auch an den X-Hein nochmal herzlichen Dank, dass wir das heute hier durchführen dürfen. So und damit übergebe ich jetzt an Martin. Ich weiß nicht, Steve will noch zwei Worte zu dir sagen. Ich quatsche dann erstmal. Also der kleine Beitrag kommt dann gleich von mir und da ich dann eben rede, dachte ich, kannst du erstmal was zu dir sagen? Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Einladung und für alle, die das ermöglichen. Wir versuchen auch unsere Bestes, unser Social Distancing einzuhalten. Es ist ja im Streamfenster auch eine Herausforderung. Und deswegen hoffen wir, dass wir das gut überstehen. Vielen Dank für die kurze Intro. Also wie gesagt, ich bin Steven Kovac, ich bin von dem Rogue Agency for Open Culture and Critical Transformation. Eine Organisation, die halt hauptsächlich um Open Source in Postkonflikt-Transformation-Szenarien kümmert und arbeitet. Ich werde heute ein bisschen darüber erzählen, wie wir das tun und was sind die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich hier mit Martin bin, von unserer Partnerorganisation Open Source Ecology, die dann auch erstmal, glaube ich, in Slides einführen wird. Und dann kommt es dann zurück zu mir. Hallo Martin. Genau. Also, ich nochmal ganz kurz, Martin Heuer von Open Source Ecology Germany. Wir machen viel Infrastrukturbildung im Bereich von Open Source Hardware und stellen damit auch wieder diese alte Eigentumsfrage, allerdings ein bisschen abstrakter. Also nicht mehr, wem gehören die Produktionsmittel, sondern wem gehört Technologie? Also, wer hat das effektive Recht und auch das Wissen, Produktionsmittel herzustellen, Maschinen, die Maschinen herstellen und Käse schneiden und verpacken? Das heißt, ich vertrete hier ein bisschen die technische Seite und ja, diesen ganzen rechtlichen Kram darunter auch und Steven dann die menschliche und auch was, was das konkret in den Einsatzgebieten bedeutet. Gut, und wie schon angekündigt, gibt es dazu Slides, dazu noch zwei, drei Worte. Wer mich nicht kennt, das müssten die meisten sein, außer halt mal hier. Ich rede selten länger als zehn Minuten, das hat zwei Gründe. Einmal möchte ich das Publikum nicht eindimensional vollquatschen, sondern gerne einfach einen groben Überblick geben und dann anhand der Diskussion, die daran erwächst, den weiteren Verlauf gestalten. Also, dass ihr genau das mitnehmt, was ihr letztlich auch wissen möchtet. Der zweite Punkt ist, ich habe irgendwo mal gelesen, dass eine Aufmerksamkeitsspanne des Menschen im Schnitt nicht mehr als zehn Minuten dauert oder elf. Ja, deswegen, also ohne Pause, deswegen gibt es bei mir die Information kurz und konzentriert und dann steigen wir in die Diskussion ein. Also, stellt Fragen und dann kriegen wir den Abend schon gefüllt. Wunderbar, ich würde jetzt auf die Slides übergehen. Okay, also, Open Source in Post-Conflict and Transition Areas, speziell der Fokus auf Hardware. Ein Zusatz noch, die Slides sind in Englisch, der Vortrag ist auf Deutsch, einfach aus Gründen der Formatierung und weil sich einige Begriffe nicht sinnvoll übersetzen ließen. Ich werde das Ganze erklären an einem Fallbeispiel, einem Projekt, an dem ich selbst eingebunden war und auch die Rogue Agency und das in einem gewissen Kontext, der da ist. Wir haben eine Post-Conflict Area, also sprich einen Bereich, der nach einem Konflikt oder nach einer Katastrophe steht. Und dort gibt es üblicherweise, wie bei sonst auf der Welt, Leute, die sehr gut ausgebildet sind und dieses Fachwissen auch gerne teilen würden. Und auf der anderen Seite andere Leute, die das Wissen gerne hätten. Und damit die sich austauschen können, braucht es eine Plattform. Das sind üblicherweise Universitäten, Schulen, Ausbildungszentren etc. Nach einem Konflikt gibt es davon nicht mehr so viel und ein Staat hat gegebenenfalls auch andere Probleme, als sich jetzt um ein Universitätsnetz zu kümmern. Andererseits entsteht dadurch aber, wenn das nicht richtig gepflegt wird, auch ein enormer Flaschenhals für weitere Entwicklungen im Land. Also ohne gutes Fachpersonal geht das einfach nicht so gut voran. Gut, ich habe aber immer noch Industrienationen, in denen sich Organisationen, die das Problem verstehen und auch handeln können, mit Förderern zusammentun können, um eben so eine Plattform zu gestalten. Also geht es um Infrastrukturausbau, nicht einfach um Produkte, sondern um Dinge, die dann breiter genutzt werden sollen. Und unsere Antwort auf diese Frage hieß, Askotech, ausgeschrieben Access to Skills and Knowledge Open Tech Emergency Case, in einem Satz in Makerspace in einem Koffer. Also eine Art Werkzeugkoffer aus verschiedenen Disziplinen, mit denen sich allerlei Seminare und Ausbildungen durchführen lassen. Das komplette Design ist Open Source, auch die Trainingsmaterialien und das lässt sich alles erreichen unter diesem QR-Code da auf GitHub. Im Aufriss ausgepackt sieht die Kiste so aus. Man sieht eine große Varianz an Werkzeugen, also Mechanik, ein paar elektrotechnische Sachen in Laptop, Solarzellen, sodass man diese kleinen Bauelemente auch überall in der Pampa nutzen kann. Und hier unten links in der Ecke, hier etwas größer dargestellt, einen mobilen Server, auf dem die Trainingsmaterialien liegen und mit dem man überall auf der Welt ein kleines lokales Internet simulieren kann. Also dort können sich dann bis zu 20 Laptops einwählen und auf modernen Kollaborationstools wie WIGIT zum Beispiel miteinander arbeiten, sodass man die Leute direkt daran trainieren kann. Gut, das klingt jetzt alles ziemlich technisch, ist darauf aber nicht beschränkt, wie das Beispiel von James zeigt. James kommt aus Juba, Südsudan und hat einen dieser Workshops besucht. Da ging es um Entrepreneurship, also Gründertum, möchte ich es mal übersetzen. Und davon war er so begeistert, dass er danach auf den Seminare dazu ging und meinte, er hätte da eine Idee, er möchte Kreide produzieren. Offenbar ist das in der Region ein Riesenproblem. Lehrer kommen teilweise nicht zur Schule, weil es keine Kreide gibt, in die entsprechenden Probleme haben zu arbeiten. Und das wollte James halt lösen. Und dann hat er konzentrierte Schulungen bekommen mit diesem Askotec in den Grundzügen, wie man eine Firma leitet, wie man die Finanzen über Tabellen organisiert und so weiter. Na ja, und wie das Bild beweist, hat es geklappt. Er unterhält jetzt acht Mitarbeiter. Ich war dort, ich war erstaunt von der Fertigungstiefe. Sie besorgen sich tatsächlich nur die Rohmaterialien und Cortons und bedrucken die auch selbst, liefern es aus an Schulen. Bruchstücke gehen übrigens gratis an Schulen. Funktioniert gut. Und das Konzept ist, dass alle Mitarbeiter voll ausgebildet werden, also in der kompletten Prozesskette, sodass, wenn jemand krank ist, derjenige ersetzbar ist. Und dass auch Verbesserungen direkt von allen eingetragen werden können im Prozess, der sich auch schon ein paar Mal geändert hat. Und vor ein paar Monaten hat James mir dieses Bild geschickt, unkommentiert, wo er mit anderen Tools aus Askotec Sachen zusammenlötet. Gut, ich bin gespannt, was bei rauskommt. Scheint ein eifriger Typ zu sein. Gut, was lernen wir daraus? Also, wir haben diese Plattform mit dem Koffer bespielt, also um diesen Wissensaustausch herzustellen. Das geht natürlich nicht für das ganze Land im Moment, aber zumindest kann man damit schon mal was machen. Und dadurch, dass er Open Source ist, stoßen wir auch die Tore auf, um die Leute mit der weltweiten Open Source Community zu verbinden. So, Sinn der ganzen Sache ist, dass wir einen lokalen Impact bekommen. Das heißt, der Einfluss liegt dort, wo er eigentlich auch hingehört. Dass die Leute den Koffer lokal warten können oder alles um den Koffer rundherum lokal warten können. Dass es eine lokale Ausbildung, lokale Weitentwicklung, Verbesserung und dadurch auch ein lokales Ökosystem und einen Markt gibt. Also, im Gegensatz zu, ich sag mal, gewöhnlichen Förderungen entsteht hier nicht ein neuer Flaschenhals. Also, man hätte ja genauso gut Wartungsverträge abschließen können und so weiter. Sondern wir wollten halt den Effekt in die Breite bringen. Das heißt, unser erstes Projektergebnis führt zu einer Kaskade von weiteren Entwicklungen und Partnerprojekten daran. Ja, das ist alles ganz nett. Aber mal noch ein technisches Beispiel, was man mit einem Koffer so machen kann. Hier ein sehr beliebtes Design ist der Solarladegerät, was so einen USB-Strom erzeugt. Also, ich kann meine Handys dann damit laden. Ist an Schulen sehr beliebt. Man kann an diesen simplen Regelkreisen sehr gut zeigen, wie die Elemente funktionieren. Was passiert, wenn ich dort den Widerstand rausziehe oder einen anderen Capacitor. Ja, also, egal, mir fällt es schon wieder ein. Ja, was heißt ein Capacitor? Es ist einfach ein Capacitor. Okay, ein Capacitor. Genau, so. Und im Nachgehen kann man dann auch seine Handys in der Sonne laden. Alles ganz toll. Also, der Mann hier links im karierten Shirt heißt Björr. Björr ist einer der jüngsten Seminarleiter tatsächlich im Netzwerk mit dem Koffer. Und der unterrichtet jetzt ehemalige Kindersoldaten damit. Finde ich auch spannend. Das bin ich. In Benutzung des Koffers und die Kleine da rechts im Bild, die so gespannt auf meine linke Hand sieht. Da halte ich irgendwas Elektrisches da. Die war so fasziniert von dieser ganzen Technik da, dass wir beschlossen haben, sie auf eine kleine Reise zu lokalen Schulen zu schicken, sodass sie anderen Schülern die Grundlagen in Elektrotechnik beibringen kann. Hat dann auch stattgefunden. War faszinierend. Ja, und Repair-Café ist natürlich auch so, dass Leute vorbeikommen können und können ihre kaputten Gadgets, Fernseher, Radios, Handys etc. mitbringen und gemeinschaftlich reparieren. Ja, kommt auch immer gut an. Okay, das ist alles ganz nett. Aber die echten Effekte, diese Vernetzungseffekte, die Open Source mit sich bringt, zeigen sich erst in der digitalen Welt. Dazu mal eine schematische Darstellung. Also wir haben Koffer, die liegen in Hubs, so nennen wir die Standorte, die so einen Koffer haben. Und dort werden Seminare, Ausbildungen etc. abgehalten. Und der Zuhilfenahme des Ausbildungsmaterials, gespielt von dem Server, den ich anfangs gezeigt habe. Wenn bei diesen Seminaren Feedback und neue Ideen entstehen oder vielleicht sogar neues Material, also neue Hardware-Designs und so weiter, können die in die Kollaborationstools wie Git zum Beispiel eingespielt werden. Damit arbeiten die Leute ja auch. Und da alles nett und Open Source ist, lässt sich das von dem Admin super auf ein zentrales Git-Repo klonen. Was wiederum als Grundlage dient für die Updates zu den Koffern. Also wenn zum Beispiel rauskommt, hier, wir bräuchten mal einen zweiten Lötkolben oder andere Schraubenzieher oder wir haben neue Trainingsmaterialien, dann können die Koffer damit wieder bestückt werden. Das führt in der Praxis dann nur zu verschiedenen Versionen. Also wir haben verschiedene Koffergrößen ausprobiert und Formen und damit dann auch ein anderes Werkzeug. Ganz unten links, damit hat es mal angefangen. Quasi Astcotec 0.1. Und wir hatten sogar schon unseren ersten Fork. Das heißt eine Entwicklung, die primär nichts mit uns zu tun hat, sondern die komplett unabhängig von uns stattgefunden hat. Hier initiiert von einer Frauenorganisation, die ICT-Tools zusammen mit Mädchen, also Schülerinnen entwickelt. Und die möchten natürlich wesentlich mehr mit Sensoren und LEDs und Mikrocontrollern machen. Und die stellen sich jetzt den Koffer direkt dafür zusammen. Gut, damit möchte ich aber auch schon enden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht war es eine Inspiration, selbst eine Geschichte mit Open-Source-Technologien zu starten. Herzlichen Dank. Ja, danke Martin. Noch einmal kurz vor unser Publikum zu Hause. Ihr könnt auch Fragen stellen und mitdiskutieren. Ihr findet den Link zu dem Chat direkt in dem Streaming-Link oder auf unserer Carlos-Webseite carlos.org.debate Okay, ja, vielen Dank, Martin. Und du hast im Prinzip vieles so vorbereitet und vorgestellt für mich. Und ich würde gerne ein bisschen darüber sprechen, wie funktioniert das denn eigentlich so in the field. Wir sind in einem Szenario, wo zum Beispiel dieser Koffer, den Askotec, es ist eigentlich mit Leuten entwickelt worden, die in Orte wohnen, wie Flüchtlingslagern im Norden von Uganda, wo es sehr schwierig ist, an Strom anzukommen, Internetverbindung ist schwierig, es gibt kaum Schulinfrastruktur, kaum Ausbildungsmöglichkeiten. Also es geht darum, was kann man so klein und so mobil zusammenpacken wie möglich, um denn da genau diese Workshops, die wir auch in Orte wie das hier machen können, egal wo tun können. Und für uns geht es sehr viel darum, niemals Nein zu sagen und niemals, oh, das können wir nicht machen. Also wenn jemand sagt, ach, aber können wir nicht machen, gibt es kein Internet. Dann sagen wir, nein, das ist ja ein lösbarer Problem. Es kann sein, dass vielleicht schaffen wir keinen direkten Link zu dem Internetding, aber wir versuchen in diesen Ressourcen, die wir bauen und dann teilen, solche Sachen, du hast den Hierarch-Box gezeigt. Und das ist ein super Beispiel, weil im Prinzip, wenn ich sozusagen in the field bin oder du in the field bin, es geht darum, ich kann auch nicht viel schleppen. Ich habe vielleicht keinen Wagen oder Bus oder irgendwas. Meine Cardus hat natürlich diese super Ausrüstung mit mobilen Krankenhäusern und so. Bei uns ist es viel kleiner und in gewisser Weise viel agiler und mobiler. Und dieser Gedanke von Open Source als Hardware ist auch ein Gedanke von System-Szenarien. Also auch Software in sich beruht sich auf Systemen und Hardware auch. Und dieser Koffer ist auch eine Sache, es ist keine grandiose neue Erfindung. Kannst du jetzt kurz mal halten. Also als ich ein Kind war, also ich bin in Kanada aufgewachsen, wir mussten alle ein eigenes Survival-Kit haben. Und das ist vielleicht eine Ur-Version von dem Ask-O-Tag. Ein Survival-Kit ist etwas, mit dem du mindestens drei Tage ohne Essen, ohne Wasser in der Wildnis auskommen kannst. Auch als Kind, das könnte mal passieren in Kanada. Und jeder hat so ein Ding, das muss man in der Hosentasche stecken können. Also es darf nicht irgendwie sowas sein, dass man irgendwie ein extra Ding hat. Und in so einer, diese Dose ist was mal, das war so eine Tabakdose, gab es mal so in Kanada. Die haben sehr, sehr gute Verschlüsse. Und da drin findet man Seife, Bouillon-Cubes, Pillen, um Wasser zu reinigen, kleine Kerzen, Knöpfe. Sehr süß, ein kleiner Angel, so dass man angeln kann, wenn man so in der Nähe vom Wasser ist. Ja, das ist Kanada, es gibt Fische überall. Und, ah ja, Entschuldigung, der Angel ist eigentlich hier. Zwei extrem scharfe Blades, also Skalpel-Dings. Und hinten dran, das ganze Ding ist auch wasserdicht. Das gibt es ja auch eigentlich nicht mehr, aber mit einem Stück Gauze, die man auch als Band-Aid nutzen kann, gibt es, was damals extrem wichtig war, ein sogenanntes Dime, so ein 10-Cent-Stück, mit dem man eine Telefonat machen könnte in einem öffentlichen Fernsprechgerät. Ich weiß nicht, sowas gibt es ja nicht mehr, Telefon-Boots. Genau, und das ist halt so die Idee von sowas. Das ist eigentlich auch ein Open-Source-System. Also niemand hat ein Recht auf dieses Ding. Jeder kann sowas basteln, wie man will. Und andere Open-Source-Tools, die uns in unserer Arbeit, in On the Road, sehr wichtig sind, sind auch so simple Sachen wie das hier zum Beispiel. Ja? Kennst du das nicht? Das sieht aus wie ein Essstäbchen. Ja, es ist ein Chopstick, es ist ein Essstäbchen. Und wenn du in Europa lebst und arbeitest irgendwo, zum Beispiel in Südsudan, die halt Stromsteckern haben nach britischem Stil, hat man halt diese dritte Lok. Mit dem Essstäbchen kann man das reinführen und da eine europäische Plug reintun. Ja, hatte ich auch dabei. Ist übrigens auch ein Maskotech drin. Genau, musste auch sein, weil das ist halt einfach, es ist viel billiger, viel einfacher, als so eine Power Adapter zu kaufen, die dann auch kaputt geht nach einer Weile. So. Und wenn wir Marken so, wir machen viel Trainings auch zur, was ist das Internet auch. und das muss man auch tun können, wenn man offline ist. Und wir nutzen oft zum Beispiel Wikipedia als ein sehr gutes Beispiel, wie das Internet als solches funktioniert. Also man kann lernen, was ein Browser ist, wie funktioniert ein Browser, wie mache ich Recherche und so weiter. Und wenn man keinen Zugang zu dem Internet hat, man muss trotzdem lernen, was diese Dinge sind, was diese Systeme sind. Und Wikipedia kann man auch auf den Stick packen. Und das kann ich auch in meine Hosentasche reintun. Geht auch. Und so, wenn ich dann halt irgendwo bin und ich habe nicht die Möglichkeit, diese Sachen irgendwie zu gestalten wie in einer Schule, dann kann ich auch aus meiner Hosentasche auch meine kleinen portablen Videobeamer, den kann ich an meinem Mobiltelefon anknüpfen. Und gleich habe ich fast sozusagen eine Profi-Setup wie in einer Schule. Also es ist nochmal halt Mobilität, Systemdenken und auch Open Source, auch als Systemdenken in sich. Dazu, wenn man so eine schicke Beamer nicht dabei hat, es geht auch sehr oft, wie kann ich halt digitale und nicht digitale Welten miteinander verbinden. Und dazu gibt es auch andere sehr einfache Mitteln. Es ist manchmal so ein bisschen banal, aber so eine Flashcard, in dem Themen gibt, also wir machen halt Trainings zur Social Media und Hate Speech online, wie man das vermeiden kann, denn Moderatoren oder Lehrer können halt Flashcards nutzen, um Diskussion zu stiften, ohne nochmal halt Beamers und andere schwierige und teure Technik zu haben. Kann man auch in der Hosentasche stecken. Und dazu gibt es ja halt den High-Rack-Box, dieses Offline-Server. Im Prinzip, was wir tun hier, ist wir, wir machen so eine Capture, also wir nehmen ein kleines Stück Internet, machen das hier auf den Box, den wir dann halt mit unserer Beamer und unserem Mobiltelefon, was auch immer, projizieren können. Und das ist dann halt Wi-Fi verbunden mit den Leuten dann halt im Raum, genau wie eine normale Server. Das heißt, du kannst 20, 25 Leute schulen mit ganz gängigen Net-Materialien hier drin, mit einem kleinen Stück Internet, die ich dann auch halt in meiner Hosentasche stecken kann. Genau, also und all diese Sachen führen halt zu den größeren Systemen, wie das Ascotec, die du da beschrieben hast. Können wir vielleicht hinsetzen. Ah ja, und da wollte ich nochmal kurz den Zwischenschritt zeigen. Du hast den Solar Charger erwähnt. Also wir haben hier den ersten Prototyp davon und den nennen wir halt den Rogue Solar Mini. Das ist auch hausgemacht und das ist ein super Lernwerkzeug auch. Also es geht nicht nur darum, okay, jetzt brauche ich Strom für mein Mobiltelefon, sondern überhaupt, was ist Strom? Wie funktioniert Strom? Wie funktioniert Elektronik? Wie funktionieren Solarzellen? All solche Sachen lernt man, indem man so ein Ding baut. Und das ist auch Teil irgendwie von der Kultur um Open Source Hardware, dass man auch lernt, Sachen zu bauen. Dass man lernt, Sachen auseinanderzunehmen. Vielleicht auch zu brechen und anders wieder zusammenzustellen. Dieser Prototyp gibt es seit sechs Jahren. Funktioniert immer noch. Ist im Flughafen immer sehr interessant, damit durchzukommen. Man muss immer so eine Mikro-Workshop zur Solartechnik machen. damit, aber im Prinzip aus dieses Gerät, also was man braucht, um das zu bauen, ist das, was dann Ascotec dann auch geworden ist. Und Ascotec wird gerade in unterschiedlichen Ländern so als Pilot benutzt. Und desto mehr, wie wir diese Art von Systemen einführen, desto komplexer werden die Systemen. aber desto größer wächst auch die Community. Und gerade arbeiten wir eigentlich zusammen, halt unsere drei Organisationen, an einem noch viel größeren Projekt. Und das ist jetzt gerade spezifisch zu dem Covid-19 Epidemie oder dem Coronavirus-Epidemie. Heißt Project Carola. Ist auch online unter, also das englische Wort Project Carola.de. Und in Project Carola geht es darum, genau dieses Problem von den Atmungsmasken zu lösen. Also diese weltweite und noch immer schlimmere fehlende Masken für die Öffentlichkeit einerseits, aber auch, dass wenn man Masken für die Öffentlichkeit hat, dann reduziert man den Druck auf die Abnahme der medizinischen Schutzmasken für den Krankenhäusern und den Clinics. Und da ist gerade das Problem, die gibt es nicht, die werden nicht genug produziert, die werden nicht produziert in den richtigen Orten. und Project Carola stellt vor, pass auf, wir haben halt die Communities, die Leute, die wissen, als auch die Geräte und auch das Rohmaterialien, um selber so kleine Fabriken zu bauen für diese Schutzmasken, die man in so eine typische Shipping Container installieren kann. Also eine typische Baucontainer oder man sieht man im Fracht oder so. Also das ist ein echtes Projekt, wo gerade sehr viele Leute zusammenkommen, um extrem viel solche Masken zu produzieren, an die Orten, wo die halt notwendig sind. Es ist vielleicht weniger wichtig, diese Kisten, also diese Containers in Berlin zu haben, aber vielleicht müssen die halt zu anderen Orten, auch in Deutschland gehen, die halt weiter weg sind, also wo man halt diese Dinge noch schwieriger zu bekommen. Und vielleicht das ist ein kleiner Plug, also als ich da ende, ist das, wir brauchen halt auch mehr Unterstützung um den Bau von dieses Ding. Also wie gesagt, man sieht das auf die Website projectcarola.de es es ist auch notwendig Geld für sowas zu haben. meine, Geld ist ja da, es ist halt die Masken, die nicht da sind. Also wenn man Geld hat, könnt ihr dann in sowas nutzvoll investieren sozusagen. Es gibt auch technische Know-how, die auch noch notwendig dafür ist. Vor allem zum Beispiel jemand, die eine Ultraschall Schweißgerät nutzen kann, wird gesucht. Und auch Leute, die sozusagen ein Wissen haben, unterschiedliche Maschinen und Geräte zusammenzubauen, sodass die transportabel sind, um in so eine Shipping Container unterzubringen. Es ist wiederum relativ einfach, die ganzen Sachen zusammenzustellen und so eine Fabrik zu bauen, in einem normalen Raum oder in einer normalen Fabrik. Aber wenn man das alles mobil machen will, da braucht man noch mehr spezialisierte Skills dafür. Und Stream guckt oder ihre Freunde, ihre Kollegen, Ingenieure oder anderen so ein Projekt unterstützen könnt. Also das wäre erstmal von meiner Seite. Vielen Dank euch beiden. Super. Ja, wir haben jetzt ganz viel gehört zu Open SaaS Hardware Initiativen, die zumindest die Organisationen, die das initiiert haben, die sind jetzt erstmal haben ich zumindest in Deutschland gegründet, aber ihr habt ja ganz viel zu tun, arbeitet ganz viel zusammen mit lokalen Initiativen, die wiederum auch eigene Programme entwickeln, lokal. Und vielleicht könnt ihr da noch mal ein, zwei von den Initiativen kurz vorstellen. Ich glaube, das ist für dich wieder ein Stichwort. Okay, also ich will nicht stehen, wie sind wir mit Zeit? Wir haben noch. Ja, das stimmt, wir wollen auch über ein paar erste Fallbeispiele sprechen. Martin, du hast erwähnt, dieser Typ Björ in Südsudan, der mit Kindersoldaten arbeitet. Also, kleine Korrektur, er arbeitet noch nicht wirklich mit Kindersoldaten, aber der hat eine Idee. und das ist eigentlich eine super Idee, die wir auch umsetzen wollen in Südsudan. Und zwar, also Björ und viele unserer Kollegen, die sind halt konfrontiert mit, also Kindersoldaten ist ein bisschen so ein schwieriger Begriff. Also wir versuchen eher zu sagen, auf Englisch Youth Ex-Combatants. Also junge Leute, lass uns sagen Teenagers, Teenager-Alter, die dann befreit worden sind aus erzwungenen Militärdiensten sozusagen. Das Interessante von vielen von diesen Jugendlichen ist, dass die haben bestimmte Skills gelernt, als die in dieser sogenannten Kindersoldat-Tätigkeit waren. Viele können zum Beispiel ein Maschinengewehr auseinandernehmen, reinigen, wieder zusammenstellen und nutzen mit den Augen gebunden. Das ist eigentlich eine interessante handwerkliche Skill, die man hat. Und eine von den Fragen, die Björ stellt, ist, könnten wir nicht also diese Skill, die man hat, was irgendwie ein sehr besonderer ist, konvertieren in was anderes, was Nutzvolleres, zum Beispiel in Richtung Entrepreneurship, wie der junge Mann mit der Kreide, oder um Lernen, wie man lötet, oder Fahrräder zu reparieren. Man muss nicht immer unbedingt von Null anfangen, also vieles mit dem, was wir konfrontiert sind und was unsere Hub-Leute tun, ist zu etablieren und sehen, was sind die Skills, die informellen Skills, die man schon hat, mit denen man halt einfach mehr machen kann. Also es ist ein ständiger Upcycling-Prozess. Wir arbeiten gerade in Kamerun zum Beispiel, da ist halt ein immer größer werdender Krieg in einer bestimmten Region von Kamerun und da haben wir so eine Situation, wo wieder zurück zu der Social-Media-Arbeit, die wir tun, wo Social-Media dann halt benutzt wird, um dieses Krieg dort anzuheizen. Also es gibt, was wir Conflict-Agents nennen, die das wirklich so pushen und drücken. Wir kennen das schon mittlerweile in Deutschland, also wie Hassrede online funktioniert, wie das denn ausgenutzt wird. vor politischen und anderen Zwecken, aber in einem Krieg ist es wirklich eine Waffe. Und jetzt in den letzten Wochen haben wir das neue Problem mit der Pandemie, die dazugekommen ist, wo nicht nur das Pandemie in sich ein Problem ist, sondern diese Menschen, die diese Medien nutzen und ausnutzen, um weiter ihre politischen Zwecke zu erfüllen durch Krieg. jetzt auch diese Pandemie nutzen können, um weiter Szenarien aufzubauen, die den Konflikt noch schlimmer machen. Die Leute, mit denen wir da zu tun haben, die schauen jetzt gerade, wie können wir Fact Checking und Desinformations Kampagnen umkehren, die gerade um die Pandemie gehen, während man gleichzeitig Menschen über die Pandemie und den Schutzmaßnahmen informiert. Also es wird alles Stück für Stück komplexer und komplizierter. Und da ist auch gerade diese Notwendigkeit praktische Skills zu lernen auch sehr wichtig, weil gerade wenn Leute aus Konflikt kommen, müssen die auch irgendwas zu tun haben. Und nicht jeder kann ein Bauer oder will ein Bauer sein. Das ist so der übliche Prozess für Reintegration von früheren Soldaten und Kombatern auf die Felder zu schicken. Wie gesagt, viele Leute haben diese technischen Fähigkeiten und wenn man diese Sachen besser verstehen kann, besser und schneller erkennen kann, dann hat man viel größere Chancen, um die Community wieder neu aufzubauen. Und dafür ist gerade dieses Open Source und Open Hardware Welt extrem wichtig, und ja, es kann ja halt funktionieren. Danke, ich habe selber ein Mikrofon. Ja, wisst ihr vielleicht, wie sich jetzt aktuell die Open Source Hardware Initiativen in zum Beispiel Südsudan oder Uganda oder Kamerun, wie die sich vielleicht aktuell verändern oder wie die von der Pandemie beeinflusst sind? Habt ihr da schon was gehört? Also das ist jetzt eine sehr spontane Frage. wieder an dich, also ich habe jetzt gar nicht so viele Updates gehört, die sind, also mein letzter Stand ist, dass die in den Prozessen sich als Team jetzt, also die hatten anfangs diese Phase von Storming, habe ich mal gehört, Storming, Forming, Performing, das heißt sich erst finden und ausrichten, um dann richtig wirken zu können und die kamen jetzt langsam in diese Forming-Phase rein, das heißt die haben diese Ausrichtung schon gefunden und damit Nischen, in denen sie agieren möchten und wurden da auch professioneller und ich hatte ja im Dezember noch diesen Kongress mitgemacht, das Global Innovation Gathering, wunderschön und es war erstaunlich wie, also ich kannte die ja noch so von vorher, wie schnell die sich dann mit diesen internationalen Akteuren verknüpfen konnten, um da halt Kooperationen aufzubauen und ich weiß nicht, ob das in dem Vortrag so rüberkam, ein Kernelement von Open Source ist es halt, dass die Sachen zueinander kompatibel sind und dass alles transparent ist, das heißt, dass sich die Module sinnvoll zusammenstecken kann und dass jeder auch reinschauen kann, um es zu verstehen, um daran halt auch zu lernen oder halt eben seine Anpassung vorzunehmen. Insofern hatten wir halt einen großen Pool von Leuten, die hatten alle Technologie dabei, da waren an einem Tisch zum Beispiel verschiedene Mikroskope mit simpelsten Mitteln, mit so einer Webcam, ich wusste vielleicht, dass eine Webcam so eine Auflösung hat, eine Webcam und einfach einen Abstandshalter, mal 3D gedruckt, mal so mit Gummibändern und sowas und dann habe ich mit wirklich simpelsten Mitteln, also viel billiger als ein normales Mikroskop, ja, ein Digital-Mikroskop erschaffen und die Leute konnten auf ihren Smartphones, Laptops oder sonst wo damit halt arbeiten. Wie gesagt, am selben Tisch saßen drei verschiedene, die sich dann natürlich Gedanken gemacht haben, wie können wir das jetzt zusammenführen, die kannten sich vorher noch nicht und dann auch, wie bekommt man das eventuell in den Koffer rein, wenn wir jetzt mehr in die medizinische Ausbildung gehen möchten oder mehr zur Biologie machen wollen. Das sind sicherlich auch so ein paar Gegenstände, die jetzt auch interessanter werden, ja, aber gut, was den aktuellen Stand angeht, das kennst du wahrscheinlich besser. Ja, ich meine, es gibt ja einige sehr schöne Beispiele gerade, dass die Hubs und die Leute, die auch mit Askotec arbeiten, die fängen dann zum Beispiel solche Sachen zu tun, wie Seife zu produzieren. Also Seife ist ein richtig großes Thema. Also Seife in Orten wie Südsudan und Uganda ist wie bei uns hier die Hamsterkäufer für Klopapier. die Preise für Seife sind durch die Decke gegangen, niemand kann leisten, es zu kaufen. So die Hubs zeigen Leute, wie macht man seine eigene Seife, wo kriegt man den Material her und so und wichtig ist in dem Prozess, ist nicht nur einfach die Produktion der Seife in sich, aber dass man eine Methodologie entwickelt, die man dann auch mit anderen teilen kann. Also wir sind interessiert an Multiplikatoren Effekte, also das ist einer der größten Sinne, diese Hubs zu unterstützen und die aufzubauen, ist, dass die entwickeln selber Wissen und selber Skills, die dann halt nicht nur einfach in dieser kleinen Gruppe sind, sondern die können und werden dann halt mit anderen verteilt, wie halt der Virus. und das sehen wir jetzt. Es gibt sehr viel Peer-to-Peer Learning zwischen den Leuten und zwischen den Hubs und dieses Effekt in den Community und den Community zu Community passiert und das kommt aus der Erfahrung halt auch mit diesen Gedanken, die auch in Open Source und Peer-to-Peer ist dabei. Ja, ich fand das auch sehr schön zu sehen. Wir waren ja eingeladen einem Call beizuwohnen letztens, also eine Telefonkonferenz, die war initiiert worden von der GoGirls ICT Initiative in Südsudan. Das ist eine Initiative, die sich sehr einsetzt für Bildung zu Computertechnologie und Internetnutzung für Mädchen und junge Frauen in Südsudan und die haben dann eingeladen zu einer Telefonkonferenz mal darüber zu sprechen, was kann man zu Covid-19 tun und das war halt nicht nur innerhalb von Südsudan, sondern die haben auch Initiativen aus Uganda und aus Kenia dazu eingeladen und dann hat man sich halt über diese Ländergrenzen hinweg ausgetauscht zu schauen, wie alle mit der Pandemie umgehen und hat Ressourcen gesammelt und da so ein bisschen in das Vorgehen der anderen jeweils reingeschaut und geguckt, was könnte vielleicht für die eigene Location da auch sinnvoll sein. Also das fand ich sehr schön, dass das nicht nur an nationalen Grenzen hängen bleibt und dass dann da auch lokal jeweils Initiativen gestartet werden, um dann wieder so Reach Out zu machen zu anderen Initiativen. Was ich mich gerade frage, also ich sehe das halt hier in Deutschland oder in Europa, dass es eigentlich immer sehr schwierig ist, für Open Source Hardware zu werben, so vor allen Dingen gegenüber von Firmen und so und auch von der rechtlichen Seite her, da muss man wirklich sehr, sehr viel beachten hier. Ich habe das Gefühl, das lockert sich gerade so ein bisschen auf tatsächlich durch die Pandemie, also gerade gibt es tatsächlich auch von staatlicher Seite Aufrufe zu Hackathons und Aufrufe doch etwas Open Source zu entwickeln oder zu bauen, also das finde ich wirklich ganz überraschend und könnt ihr sagen, ob diese Widerstände gegen die Open Source hier zumindest bis vor kurzem noch sehr stark arbeiten musste, ob es so gleiche oder ähnliche Widerstände auch auf dem afrikanischen Kontinent in den Initiativen gibt oder ob da eher so ganz andere Hürden im Weg sind, also nicht so sehr rechtlich, sondern vielleicht ganz basic, wo kommt das Funding überhaupt her für so eine Initiative? Eine interessante Frage, ich möchte vorher nochmal korrigieren, also Widerstand habe ich tatsächlich gar nicht so bekommen, was interessant war, also es war für mich früher glaube ich also schwierig zu erklären, warum man das macht, was ich auch eine komische Frage finde, weil eigentlich ist es ja in der menschlichen Natur, Sachen zu teilen, gerade Wissen, weil unser ganzes Bildungssystem würde ja nicht funktionieren, wenn das Wissen nicht da wäre, also es muss dann natürlich freigeteilt werden und ab einer bestimmten Grenze, nämlich das, was wir halt aktuell als Produkt verkaufen wollen, muss man dann halt Patente bezahlen oder das alles schließen, da möchte ich noch einen kleinen Einschub machen, den hätte ich sonst zum Schluss gebracht, ich kann es nicht oft hier noch sagen, wenn ich Material habe, herstelle, dann ist es nicht per se frei und jeder kann es nutzen, es ist standardmäßig geschlossen, das heißt, damit ich es anderen zur Verfügung stellen kann, muss ich eine Lizenz drauf geben, also sonst ist es faktisch nicht benutzbar, der Standard ist immer geschlossen, deswegen muss ich diese Lizenz drauf bringen, das einfach nochmal als Einschub, dann haben wir hier eine sehr, also ziemlich alte Infrastruktur verglichen mit vielen anderen Ländern, dadurch auch sehr fein ausdekliniert und wenn ich hier so eine Sache wie Open Source Hardware mache, dann muss ich immer die Schnittstelle zum System sauber halten, das heißt, ich muss viel mehr Regularien beachten, diese ganzen Rechtsfragen, dann ist auch immer, wer gibt mir Geld, warum, für was und warum sollte ich das machen, dafür zu motivieren, ist manchmal nicht so ganz einfach und nach meiner Erfahrung in den Projekten mit der Rogue Agency in Afrika war das überhaupt kein Problem, also da gehörte das so zur Natürlichkeit dazu, also ich bekomme Wissen umsonst, na klar gebe ich das umsonst weiter und wie kann ich mitmachen, das hat immer gut funktioniert, was die ganzen Rechtsgeschichten dort angeht, da bin ich bisher immer fein raus gewesen, weil ich mich nur um die Entwicklung gekümmert habe und ein bisschen Kommunikation, aber gut, das, ja, erzähl du mal. Naja, also du hast es eigentlich ziemlich gut beschrieben, ich kenne mich eigentlich selber mit den rechtlichen Fragen weniger aus, nur hat uns einer unserer Partner mal gesagt, hey, hier ist ja alles Open Source, ja, also es gibt natürlich, wenn man weiter weg ist von rechtlichen Problemen oder Szenarien achtet man auch auf die rechtlichen und Schutz Fragen auch weniger, also für viele Leute ist es egal, ob ein Software Open Source oder Proprietary ist, also die nutzen es trotzdem wie Open Source, die hacken das, die ändern das, die schicken das an anderen und so weiter und so fort, also es ist einfach so eine andere Mentalität und eine andere Not Situation, also es ist nicht dieselbe Art von Wegwerf Gesellschaft, wie wir das haben. Natürlich werden Sachen weggeworfen, es gibt Riesenprobleme mit Müll und mit Plastik zum Beispiel, aber es gibt auch ein viel größeres Bewusstsein für Ressourcen, so Dinge, die man halt anders nutzen kann und anders bewerten, andere nutzen. Also ich hatte gesagt, Upcycling Kultur ist viel eingeprägter, sodass ein Repair Café ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern es ist ein notwendiger Teil von einer Infrastruktur und das sind Sachen, die der größere Entwicklungsindustrie nicht so gerne sieht, weil die Entwicklungsindustrie will auch Geld verdienen, also die wollen halt lieber billige Produkte reinbringen, die man so kaufen kann, als die Möglichkeit geben, dass Leute die Sachen, die die schon haben, zu reparieren und besser und länger zu benutzen haben. Das sind ähnliche Probleme, die wir hier haben, aber wir haben den Luxus, wo es weniger lebenswichtig ist. Und das ist da in diesen Communities, wo wir arbeiten, einfach Teil der alltäglichen Überlebenskampf. Möchte ich nochmal nachhaken, also ja, stimmt, also bei uns ist, dadurch, dass alles da ist, haben wir diese ganzen Probleme nicht, dass Open Source eher für Umwelt und für die Vernetzung und für Gleichberechtigung ist es gut und nett, aber dort kann es tatsächlich einfach auch strukturverändernd sein oder lebensnotwendig. Andererseits ist dadurch die Arbeit auch ein bisschen einfacher, also das Beispiel von James war da ganz gut dafür, wenn James das hier probiert hätte, also mit seiner Kreide, müsste der sich hier erstmal durchsetzen gegen die ganzen anderen Kreideproduzenten, die riesige Maschinenhallen haben, die 24-7 Kreide produzieren und verschiffen. Das muss er dann nicht, da kann er einfach sagen, gut, ich mach das jetzt einfach, ich bring das den Leuten bei, ich mach halt ein soziales Unternehmen und so weiter und dann macht er das einfach. Und dadurch kann man in dem Bereich diese Pilotprojekte halt einfach starten und damit auch, ich hoffe, die sich da ausentwickelnde Infrastruktur mitgestalten. Gut. Und leider ist sehr oft das Problem ein politischer. Solche Initiativen auch von einheimischen Leuten werden auch nicht unterstützt. Also es gibt keine wirkliche Wertschätzung in der deutigen Politik für sowas. Also es wird sehr oft einfach die eigene Bevölkerung ignoriert. Ist ja egal, da kommen die Hilfsorganisationen sowieso, da kommt die UNO, da kommt KADOS vorbei, da kommt Open Source Psychology vorbei, wer auch immer, die machen das. Also das entlastet die Regierungen auch von Handeln und die eigene Innovation zu unterstützen. Das ist ein sehr schwieriger Punkt und wir versuchen auch ein bisschen so dagegen zu wehren und dagegen zu kämpfen oder zu helfen, zu zeigen, die Leute, mit denen wir arbeiten, wie können die sich dagegen wehren. Also wie können sie sich wirklich unabhängig machen in solche Systemen, die Unabhängigkeit nicht besonders fördern. Und da ist nochmal die Kreide ein sehr gutes Beispiel dafür. Also der Sorten hat Millionen von solchen Kreideproduzenten sind. Ich meine es absurd, dass es nicht möglich ist, Kreide für die Lehrkräfte zu haben. Aber es ist weil die Regierung einfach in sowas nicht wirklich interessiert. Und das ist sehr schade. Ja, um vielleicht auch nochmal einen Blick hier auf die Situation zu werfen. Also hier sind wir normalerweise doch gewohnt, dass Probleme sich meistens eben irgendwie mit Geld lösen lassen oder mit einer Weiterentwicklung in der Industrie und wir sind jetzt hier auch gerade am Punkt, wo wir so eine eigene Erfahrung haben aufgrund der Pandemie, dass sich halt eben doch nicht alles mit Geld plötzlich lösen lässt und dass da wieder doch auch sehr viel Eigeninitiative gefragt ist und wir sind hier jetzt halt auch im X-Ein, in dem Hack- und Make-Space und werden hier sitzen, rotieren oder laufen heiß, wenn ich hoffe, sie laufen nicht heiß, aber arbeiten schwer, 3D-Drucker da hinten im Nebenraum und stellen nämlich Face-Shields her, die werden dann kostenlos abgegeben für medizinisches Personal und für gefährdete Personengruppen. Ja, vielleicht, naja, naja, aber das Ding ist, die sind wirklich sehr, sehr begehrt und da gibt es eine lange Vorbestellungsliste, also es brauchen gerade wirklich sehr viele Leute, also wenn, ja, auch ans Publikum, wenn ihr das nochmal nachschauen wollt, schaut mal auf die Webseite vom X-Ein, Make-and-Hack-Space, da ist das noch ein bisschen beschrieben, das Projekt, aber also die Pandemie fördert da gerade tatsächlich solche Eigeninitiative, auch die wird plötzlich gebraucht und man kann so auf gewohnte Lösungsmuster vielleicht nicht mehr so zurückgreifen, gleichzeitig hinkt es bei uns halt auch immer noch so ein bisschen die Politik manchmal hinterher oder auch die Rechtsprechung, dass man hier halt auch immer noch in so einer Situation immer noch aufpassen muss, dass man dann für so eine Initiative nicht verklagt wird, also da gab es dann jetzt auch schon wieder ein bisschen Verwarnung an diversen Initiativen und das meinte ich vorhin halt auch mit Widerstand, also man muss hier schon immer noch ein bisschen aufpassen, teilweise mit der Open-Source-Hardware. Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen in die Zukunft geschaut, was planen denn die Rogue-Adams und Open-Source-Ecology so als nächstes, vielleicht möchte ihr da nochmal was zu sagen, was da so in der Zukunft auf... Wie viel Zeit habe ich denn? Wir haben noch immer noch sieben Minuten, wir sind noch sehr entspannt mit der Zeit. Gut, also mit Blick auf die aktuelle Situation zeigt ja auch, also wir haben in der Vergangenheit den Ansatz gefahren, es gibt wenige große Produzenten oder Leute, die halt die Grundversorgung für die Gesellschaft stellen und aktuell geht das immer ein bisschen weiter in die Breite, das heißt auch die Entscheidungsfindung und die Lösungsfindung von gesellschaftlichen Problemen geht halt mehr in die Breite und dass das funktioniert, ist hauptsächlich so der modernen Technologie geschaffen, dieser Vernetzung, ich kriege das ja in meiner Arbeit mit, also wenn ich irgendwelche Entwicklungen habe, dann greife ich nicht zurück auf das Fachwissen in einer Firma, was ja deutlich begrenzt ist, sondern ich gebe das einfach ins Internet rein, in die Community und bekomme halt Antworten von Leuten, die ich nicht kenne und ich weiß auch nicht, wo die wohnen und ich werde auch nie hinfahren und dadurch bekomme ich einfach für alles immer eine richtig gute fachliche Antwort und so lässt sich einfach ganz anders arbeiten. So, das Ganze ist in der Software hat sich das super entwickelt und kein ITler würde bestreiten, dass die Softwarewelt so nicht aussehen würde, wenn es Open Source nicht gäbe. Es entwickelt ja niemand mehr ein Programm von Null auf. Man kopiert sich ja Blöcke zusammen, die es schon gibt und setzt dann vielleicht noch seine 10% oben drauf, um es dann doch wieder geschlossener zu bieten. Gibt es ja auch. Und im Maschinenbau ist das halt noch nicht angekommen. Also man könnte sehr, sehr viele Flaschenhälse und Unabhängigkeiten auflösen, wenn das dort reinkommen würde. Das wäre auch für eine Kreislaufwirtschaft, also für eine vernetzte Kreislaufwirtschaft das Ding schlechthin. Demokratische Innovationsprozesse, bla bla. Genau. Da geht eigentlich unsere Reise hin bei Open Source College in Germany. Also diese Infrastruktur dafür aufzubauen. Standards ist jetzt gerade das Ding. Also es gibt halt überhaupt gar keinen Standard da draußen, der sagt, das muss mitgeliefert werden, damit die Dokumentation, also dieser Source-Code von Hardware überhaupt komplett ist. Dann wie muss das überhaupt aussehen, damit das andere Leute verstehen? Was gibt es so für rechtliche Fragen? Das versuchen wir jetzt alles mit einmal zu klären, auch Geschäftsmodelle, um dann eine wunderschöne Grafendatenbank aufzubauen. Ich hoffe, ich wäre nicht zu technisch. Wo man die Module, die da draußen sind, miteinander verknüpfen kann. Also es ist ja ein Ding, dass ich irgendein Design offen teile, aber wenn es nicht gefunden wird, dann muss ich das Rad doch wieder neu erfinden. Und so eine Grafendatenbank kann man da natürlich auch ganz andere Fragen stellen. Und ich glaube, dann gehen wir einen guten Schritt in die Richtung gemeinschaftliche, technologische Entwicklung und auch dezentrale Produktion, umweltverträgliche Maschinen und so weiter. wenn die Kugel einmal läuft, ich glaube, die kann man auch gar nicht mehr so einfach aufhalten. Ich merke ja auch, dass jetzt viel mehr Energie in der Szene ist, dass egal, wo neue Projekte anfangen, dass die laufen und dass die auch immer mehr internationaler und institutioneller Aufmerksamkeit bekommen. Gut, ich quatsche schon wieder zu lang, aber genau, Steve, was willst du erreichen? Na ja, ich würde gerne unsere Ziele erreichen und das ist wirklich richtige, sustainable, also nachhaltige Friedenstiftung durch bessere Medien, Verständnis und Nutzung, die dann halt überkreuzt mit Skills, also Fähigkeiten zu arbeiten, zu bauen, unabhängig zu sein und dann halt diese Wissen dann halt weiter zu verteilen. Also das ist wirklich wichtige Grassroots-Arbeit, die geleistet werden muss und kann und gerade durch diese Situation der Pandemie müssen wir selber auch neue Wege, neue Strukturen ausdenken, also wie kommen wir an die Leute, wie können wir denn halt diese Arbeit besser und einfacher auch machen vor Ort, wenn wir nicht direkt vor Ort sind und ich würde sehr gerne sehen, dass diese, was vor kurzem aufgestellt worden ist, Project Carola dann auch realisierbar wird. Also ich will diese Container auch mal in Kamerun, in Uganda, in Südsudan sehen, auch in Italien, also die sind notwendig und wir müssen halt gerade unsere Erfahrungen und unsere Fähigkeiten zusammentun, um genau diese wirklich lebensrettenden Maßnahmen in die Wege zu leiten. Wir sind sehr, sehr, glaube ich, am Anfang von einem Szenario, die wirklich der Welt verändern wird und in dieser Welt nach der Pandemie, ich glaube, dass Open Source und die Open Source Gedanke auch in seiner praktischen, strukturellen Form viel, viel wichtiger sein wird. Also wir erleben das schon. Wo du gerade Welt verändern sagst, ja, absolut, deswegen mache ich das auch, sonst werden wir da, also es ist schon echt anstrengend, aber es ist auch wunderbar erfüllende Arbeit und den Satz hat mir noch vor zwei Jahren niemand abgekauft, aber jetzt merke ich, also wohin meinte ich institutionelle Aufmerksamkeit, wie sich die alte Welt mit ihren wichtigen Entscheidungsträgern jetzt langsam dafür interessiert. Also als Beispiel, ich habe vorhin Standardisierung gesagt, das Deutsche Institut für Normung DIN arbeitet mit uns, eigentlich arbeiten wir den Standard aus und DIN hat das Ganze, also wir haben, wir arbeiten an einem Standard für Open Source Hardware für die technische Dokumentation, was muss mitgeliefert werden, damit Design komplett ist, damit das Leute verstehen können und auch, wie wird das Ganze zertifiziert durch die Community ohne Flaschenhälse wie bei ISO 9001 und so und dieser Standard, also diese beiden, sind die ersten, die gleichzeitig offene Standards sind, das heißt, DIN publiziert die unter freier Lizenz und hält damit kein klassisches Copyright mehr. Jeder kann diesen Standard nehmen und weiterentwickeln, dann natürlich nicht als DIN publizieren, weil das gibt ja noch eine Marke und so weiter, aber damit stößt man ein neues Tor auf, also offene Standardisierung, dass die Leute, die die Standards nutzen sollen, selber den Standard schreiben und anpassen und das war in 100 Jahren Normungsgeschichte nicht geplant, kam nicht vor und wir sind dort offene Türen eingelaufen und das passiert ja nicht nur bei DIN, das passiert in vielen anderen Institutionen auch. Ich habe gestern ein Webmeeting gehabt mit der IEEE, also der größten Organisation für technische Standards und die setzen jetzt auch ein Open-Source-Programm auf und möchten auch mitmachen und das, wie gesagt, das passiert ja auch bei anderen Institutionen. Ich glaube wirklich, dass das die Welt verändern kann. Ja. Ja, ich höre daraus, dass es da auch auf jeden Fall in dieser teilweise wirklich sehr unschönen Situationen doch auch Hoffnungsschimmer gibt und Ausblicke, was da noch alles daraus erwachsen kann und wir hoffen natürlich auch, dass wir unseren Makerspace irgendwann wieder aufmachen können, um dann halt auch die Standards umzusetzen, unseren eigenen Open-Source-Hardware- Entwicklungen. Ja, und so lange arbeiten wir auch am Project Carola mit dran. Okay, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank nochmal an Xein und Wok und das war es von die Welt für dieses Mal. Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Ja, Dito, also mega geil, dass ihr das organisiert habt. Ciao.